Hallo liebe Zebraherde, mein Name ist Peter Kötzle und ich wollte euch nur eine kurze Info geben. Es gibt einen sensationellen Grillabend mit 5, 6, 7, 8, 9, 10 Gänge Menü. Lecker Pilz, Köpi, so wie ich gehört habe. Natürlich, was anderes gibt es auch nicht. Und bei diesem Grillabend sind Hoppi, Joachim Hopp und ich mit dabei und freuen uns natürlich, wenn wir einige Zebra-Fans begrüßen können. Wir werden mit Sicherheit ein paar gute Geschichten erzählen aus den 90ern. Einige Sachen haben wir wahrscheinlich schon vergessen, aber mal gucken, was da noch alles dann auf den Tisch kommt. Ihr könnt diesen Grillabend gewinnen, ersteigern. Ich hoffe natürlich, dass sehr viele von euch mitmachen und dass ein hoher Betrag zustande kommt für den guten Zweck für die Tannsebras. Und ja, fleißig mitbieten und dann freue ich mich, wenn wir uns am 29. April sehen beim Grillen, beim Biertrinken, beim Geschichten erzählen. Genau, so. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein paar schöne Wochen. Dauert ja noch ein bisschen, bis wir uns da sehen. Und wie gesagt, mitbieten, Betrag hoch machen und für einen guten Zweck Geld spenden. Alles klar. In diesem Sinne, ich freue mich. Bis bald. Servus.